Ich habe mir gerade eine Sonnenbrille gekauft für 5 Euro und mich würde interessieren, ob die auch einen UV-Schutz hat. Ich habe mich gefragt, wodurch Gläser UV-Strahlung filtern können, also woher der Schutz entsteht. Auf den Preis kommt es nicht an. Auch Gläser billiger Sonnenbrillen können UV-Strahlung vollkommen ausfiltern. Ob eine Sonnenbrille einen ausreichenden UV-Schutz hat oder nicht, kann man selber nur schwer erkennen. Ein Hinweis ist das UV-400-Zeichen auf der Brille. Dieses besagt, dass die Gläser dieser Sonnenbrille die UV-A- und UV-B-Strahlung der Sonne komplett ausfiltern. Der UV-Schutz von Sonnenbrillengläsern entsteht durch das verwendete Material. Glas und Kunststoff an sich können bereits UV-Strahlung filtern. Das komplette Ausfiltern von UV-A- und UV-B-Strahlung wird über Beschichtungen oder Folierungen, beispielsweise mit Polyvinylbutiral, PVB, erreicht. Für einen Rundumschutz ist es zudem wichtig, dass seitlich an den Gläsern vorbei keine UV-Strahlung das Auge erreichen kann. Die Sonnenbrille sollte entweder große Gläser und breite Bügel aufweisen oder, wie bei Sportbrillen, nah am Gesicht anliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017